Die Hotelpreise fallen, und wir schauen weiter, wie die Gegner zum Boden knallen. Wir haben gerade siegen, die Leute. Mit dabei die gleichen wie letztes Mal. Die Leute, woher das was passiert? Ja, C. Ich habe einen ausgestiegen. Ah, der ist auch dabei. Ah, Mist. Wo liegst du? Gar nicht. Oh nein, 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 weg, weg, weg vom Rand. Weg vom Rand. Ich habe gerade einen Lame, das verärgert. Gut. Wer ist das, wer ist das, wo ist der? Ah. Wo der ist. Da. Da unten, dem, dem, dem. Ah, cool. Awesome, danke. Sweet. Okay, hör mal wieder, Heli fliegt über uns. Krem Munition, wenn wir da wollen. Kreuz Munition. Munition liegt hier bei mir. Ah, scheiße. Da ist noch einer, der Treppe hoch, und der hat es auch geschafft, bis hinten zu Sofas, unserer Lounge. Ich habe besser gesagt, da steht er jetzt und wartet. Bissere Zeiten. Also da, die erste Erhöhung. Ja. Ja. Ja, der ist dort. Geht nur mit dem Helikopter. Der Helikopter, gell? Okay. Gut. Helikopter auch. Wo ist der Rest vom Stort? Äh, komm mal hinterher. Ich bin beim Dudenmeister. Der Rest? Ja, ich lach zurück zum Dudenmeister. Bin aber, beim Helikopter kümmern, da bin ich im Verzug. Oh, das sind einige. Kommen gerade. Ja, ist markiert. Ja, schön. Lass sie mal ein bisschen herkommen. So richtig hier, ne? Okay, dann nicht. Weiß einfach, Monikösch dir her, Dudenmeister. Einfach schmeißen, wenn du weglaust. Ja, ich bin gerade noch ein Feuergefecht vor, du weißt. Jetzt ist er tot, jetzt schmeiß ich dir eine hin. Du musst während dem Feuergefecht, dann solltest du gucken, dass du Munition wirbst. Genau, dass solche Munition nie abrutscht. Das geht, das geht alles. Was sind deine Punkte? Ja, aber das... Ja, wir verstehen uns. Ah! Auf Gottes Willen. Da ich mir gehe, sollte ich in den Haufen schießen. Ja, dann gehen wir zur Ecke. Wenn der sich so... Wenn der sich so... ...ranzig so ransteigt. Ah! Ah! Ich werfe jetzt eine Granate! Oh, jetzt kommt was hierhergefahren, automäßiges. Ja, ja. Ja, also... Ja, hat's... Das Boot ist da, das Boot ist da, das Boot ist da. Die anderen zwei Fußgänger haben nicht. Fuck! Der hat mich gesehen! Sehr schön! Spreng! Spreng! Sehr schön! Sehr schön! Very nicely done! Boot ist da, oder? Immer noch... Oh! Und Fussgänger auch, zwei Stück. Ich hab's gewohnt! Hinter dir! Hinter uns, besser gesagt. Dude-Meister hinter dir! Ja! 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 Die anderen ist tot, seit und zweitem. Das ist... Ah, shit! Das sind nur zwei Stück. Einer in diesem Halt, im streichen Container, ja. Und der andere ist im Boot. Beim Heck. Nochmal einmal! Ja, genau! Sehr schön! Im Heck vom Boot steht noch einer. Ja, sehr schön! Very nice! Sehr nice! Good echo! Very nice! Oh! Da war die Drohne! Oh! Das ist doch die schnelle Drohne! Ja, das ist eine Scan-Drohne, weißt du? Bei einem Tiefflug. Die sehen quasi dann bei uns immer, gell? Genau, ja. Und, was ich jetzt ja gelesen habe, du kannst ja mit irgendwas auch Leute so markieren, dass dann andere Leute lasergelenkte Sachen auf die schießen können, oder? Ja, genau. Du kannst eben... Markiert. Oh, ihr lauft jetzt aber... Ali ganz... Also, ihr lauft... Charles, der Jan und der Dings lauft ganz, ganz falsch. Oh, ja. Oh, shit. Ich hab Charles eben eh verwechselt. Das ist oft so, dass sehr intelligente Leute Legasthenie haben. Und warum hast du jetzt Legasthenie? Warum gerade? Ja, ja. Ich verstand jetzt die Aussage nicht ganz. Es sind mehrere Nasen markiert. Ja, die sind alle oben. Alle oben. Ach, hätten wir jetzt da nur nochmal zwei Leute mehr. Ich bin schon da, ich bin schon da. Ja, ich bin direkt rechts mit dir und flagiert. Schade, das ist nicht gegangen. Da liegt noch einer drin. Ist gut. Ist geil. Nein, der ist tot. Der ist tot. Der Jet hat alles im Schluss und aus gelegt. Äh, Charlie wieder. Jungs, da dürfen wir nicht verlieren, das Ding. Da haben wir so weit geführt. Aber echt, ja. Das... Ich brauche Dekomi, ich muss ein Schluck Bier nehmen. Äh... Weiß schon ein Küstchen hin. Das ist der erste Afer. Gut. Ja. Danke. Ja, das muss noch ein bisschen flüssiger werden. Vorne. Schauen. Ich hab 1000 Schossen. Au! Wer schiessen... Wer will denn da immer abschissen? Den Hardcore tut mir echt Alter aussehend. Ja du. Äh, Back to Delta. Du. Ihr Prinzen von Maine und Könige von Neu England. Du bist aber ganz hier böse. Bei Michael Caine gelandet. Immer dass dir den Namen Michael Caine... Habt ihr gerade einen Witz auf meine Kosten gemacht, oder was? Nein! Nein! Würden wir uns nie wagen. Machst du jetzt einen Rage-Crit? Dann fickt euch halt! Ja. Jetzt zapfe ich mir noch einen Weizen und dann geh ich nach Hause. Er bekifft den Arschleuch. Äh, Fußgänger. Ich bin tot. Nein! Ja, genau. Ja, genau. Ganz viele Fußgänger. Also sowas von viel. Fuck! Ich bin tot. Noch mal einen dort hinter dem FSL-Container. So zwei Stufen. Ich seh dich! Einen noch. Er ist tot. Sehr schön. Nein! Nein, nein, nein! Motherfucker! Oh! Jetzt ist noch bei dir einer! Einer ist tot! Nein! Nein! Kommt, kommt, kommt! Ah Leute! Leute, warum beschäftigt denn keiner? Meine Fresse! Ich habe ihn markiert und geschossen! Mehr kann ich nicht! Scheissen! Jetzt pullen wir ihn an, jetzt pullen wir ihn an! Wo ist er? Wo ist er? Ich brauche dringend im Uhn! Ja, selbstverständlich! Wo? Hier! Oh, jetzt! Komm jetzt! Biedere dich doch nicht so an! Du musst aber nicht scrollen, oder? Was tue ich? Nein, nein, nein! Hier, ne Meinen! Ganz deine Stellung! Ja, dufer! Ne, ne, ne Meinen! Nimm Meinen! Boah, Bodo, sehr schön! Der hält hier alles zusammen! Da haben sie ja keine Deco mehr! Nein! Neu! Neu! Äh, jetzt sind glaube ich noch ein Fußringer da! Wollte eigentlich nicht der Leo auch da sein? Wer ist Leo? Äh, Delta zurück! Der Kalaschnikop? Der Schnipps nicht! Delta schon wieder! Hei, der muss ja nur schlafen, du! Nein, der Leo ist im Kino, der hat irgendwie ein Privatleben! Hä? Ja, ich weiss auch nicht! Ich muss mal überlegen, wie man das schreibt! What a weird guy! Aber das ist doch eigentlich FOTRA imitiert! Äh, für, äh, TIFAS! Ja, nicht so! Oh, fuck! Ich leg! Fussgänger. Ich bin rein, ich bin tot, 이제ki 몰라서 심각병ены. oh Papa, Afghanu, Eke, schnappst du zu fort. Sehr schön. Der hat ja auch gesprayt. Der ist so richtig wie im Film. Charlie? Ich finde ihn immer wieder cool, wenn da wirklich alle so schön laufen. Und den Boden macht. Und sofort wissen alle, wo wir herkommen. Schön machst du den Boden. Das ist gut, dass du uns nicht überfahren kannst. Ups, Sniper. Ja, wenn er vorne gewartet ist, gibt's was. Redst du eigentlich noch, Bode? Ja, ich warte noch auf Kommandos. Ja, ist gut. Ich bin Mann, ich kann nur fahren oder reden. Ich hätte nur gedacht, du bist wieder in so einer... Nein, nein, er hätte ja jetzt ein gutes Headset. Aua! Oh, wie ein Stück. Okay. Man kann ja auch die Gegner... ...markieren. Jaja, kannst ja. Du kannst auch... ...die eigenen Leute mit Medipacks umbringen. Sniper! 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 Auf Dach! Sniper auf Dach! Das ist in der Runde gerade auch nochmal passiert. Ähm, Doodle! Doodle, komm mal zurück zu mir! Wir gehen auf... Dach! Dach! Und Katte Maus! Warten Sie, warten Sie! Nein! Okay, Whitey, da wird ganz hübel da oben, gell. Denk dran! Ich bin jetzt Mann durch hinten! Sag meiner Mutter, ich liebe sie! Ah! Zehn Pion! Arschloch! Wie Wichser! Es hat sich gelohnt. Und, die Leck gerade schon... Wollen wir nicht hochgehen. So lüut! So lüut! So lüut! So lüut! Oh, fuck! Whitey war... Charlie war da! Charlie! Warum warst du nicht... ...lang genug? Oh, 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 oh! Body, 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 body! Whitey, schnappen dir! Komm! Da hat mich einer rausbomben hier! Ja, warte! Lass mich durch, lass mich durch! Aus C4! Und wie... Charlie ist verloren! So, jetzt abtanke! Nun gehe und erfülle deine Aufgabe! Äh... Charlie! Ja! Ja! Was ist denn los? War da jemand bei Charlie? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, da war was. Also, bei mir ist einer gewesen, aber... Äh... Mal gucken, dass der da... Aufzüge sind besetzt! Ja! Ja! Danke! Aufzüge sind besetzt! Ja, ich weiss! Einer habe ich einfach gleich hochgeschickt! Ah ja! Sehr schön! Ich will es nochmal probieren! Ja! Wir gehen gleich raus! Ja, gleich raus! Gell? Aus, Luke! Ja! 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 Scheiss, Luke! Bist du im Lift? Sind wir im Lift? Okay, gut! Nein, ist alles klar drüber! Okay! Der nächste Lauf ist da! Okay, wir gehen zur Delta, Jungs! Delta! Äh, der Heli ist halt leider am Stand! Wäh? Wäh?! Wäh?! Raffi, hast du mit den dicken Finger? Heli hat mich geholt! Wir haben die Kontrolle über Einsatz Ziel Charlie verloren! Naja, der wird eine knappe Kriste, Jungs! Richtig, richtig, richtig knappe Kriste! Naja, der ist halt leider! Naja! Naja! Der ist wieder auf! Ouh! Zurückgekommen! Aaaaah! Den gibt's nicht! Ich hab doch echt getrückt! Wo ist er denn? Der ist bei mir! Ja! Danke! Oben ist Leiner! Sehr schön Bodo! Der hat gerade von oben Granate. Für die Überlebungs- Ja, da ist doch er! Charlie back! Charlie back! Ja, ist wirklich hier! Komm mal her! Ja, komm mal her! Rücken wir mal! Back to Charlie! Da kommen wir schon wieder von der Insel in Richtung E. Ja, genau da, die kleinen Insel. Da sitzen sie wieder. Ach schon? Ja, noch mal einer. Noch mal einer. Noch mal einer. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn! Da ist ein Ausblick, ich war clear. Hab ihn nicht. Zwei! Scheiße, hat mich erledigt. Help me! Help me! Scheiße! Danke! Ich wüsst nicht wie! Heli! Ups! Ja! Oh! Da schiessen wir doch nicht! Nein, wir gehen zu Charlie! Oh! Die Larve kommt herher! Die Larve! Vorsicht! Bei ihm in der Küche, oder wie? Pass auf die Larve auf! Nein, der andere ist der Charlie! So, letztlich von mir erscheint ein scheidlicher Hunterwagen zu sein! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Ich steig bei dir, gell? Ja! Oh, nee! Och, nee! Nee, nee! Nee, nee! Alles froh! Alles froh! Alles froh! Sie sind gefickt! Sie sind gefickt! Ist die noch hier irgendwo, die AA? Ah, ja! Ah! Ah, scheiße! An der Flagge direkt wird die Kämpfer. Das tut gut. Oh, da kommt schon die Musik. Tut nicht so wie letztes Mal. Schade. Lange hat es gedauert. Zwei Teile lang. Aber wir haben uns gewehrt. Ja, gewehrt haben wir uns. Aber es war wie so eine Wehre. Nein, nein, bitte nicht, nein, bitte nicht. Aber eigentlich meint man doch auch, ja, bitte gib es mir. Macht ja. Wir sind echt hin und her, wir haben echt gekämpft. Aber es kommt halt auch ein bisschen auf die anderen drauf an. Ja. Bitte arbeiten. Jan, wollen wir morgen bei dir grillen? Gut, auf jeden Fall wünschen wir und danken mir fürs Zuschauen und wünschen einen ganz angenehmen Tag. Tschüssi. auf jeden Fernsehen. Das ist das Fernsehen. Haben Sie oder。 Nein, mutations ist so. B viendo ja,